In den letzten Wochen und Monaten gab es sehr interessante Entwicklungen auf dem Aktienmarkt, unter anderem auch diese hier. Was genau es sich mit diesem Graph auf sich hat und wie ihr euch jetzt schon platziert, um davon zu profitieren, wenn diese Kurven wieder zusammenlaufen, erfahrt ihr in diesem Video. Anfangen möchte ich aber wie immer zunächst mit der Gesamtentwicklung auf dem Aktienmarkt und hier wie immer der NASDAQ 100. Schaut man sich den NASDAQ 100 mit einer charttechnischen Perspektive an, dann befinden wir uns gerade irgendwo im Niemalsland. Also hier gibt es gerade aktuell meiner Ansicht nach keine wirklichen Signale, die weder dafür sprechen, dass wir hier nach oben durchgehen, noch dass wir komplett nach unten durchfallen. Theoretisch und so stimmt auch die Aktienmarktlage da, tendieren die Leute eher dazu zu sagen, dass man hier das Ganze eher pessimistisch sehen sollte aufgrund der steigenden Zinsen und der steigenden Inflation und hier die Leute tendenziell eher fallende Kurse erwarten. Aber wir kennen das ja aus der Vergangenheit und wissen auch von der allgemeinen Marktpsychologie her, dass tendenziell, wenn alle davon ausgehen, dass Aktienkurse fallen, diese in der Regel steigen. Heute steigt der Aktienkurs beispielsweise, weil sich die Gemüter rund um die Ukraine-Krise aktuell zu beruhigen scheinen. Wobei es den Aktienmärkten eher weniger um die aktuelle politische Lage in der Ukraine geht, sondern eher die wirtschaftlichen Folgen auf die gesamten westlichen Märkte praktisch durchgespielt werden. In dem Fall vor allem, was passiert, wenn dann auf einmal der Ölpreis deutlich steigt und somit zusätzlich nochmal die ohnehin schon sehr hohe, sehr starke Inflation weiter einheizen würde. Da sich aber im Moment die Gemüter zu beruhigen scheinen, fällt auch beispielsweise, wie man auch hier sieht, der Ölpreis und dementsprechend steigen die Aktienkurse. Vor allem auch von Technologieaktien, die allgemein so ein bisschen Zinsangstsorgen mitbringen, also das heißt Technologieaktien, die scheinen heute ebenfalls nochmal ordentlich zu profitieren. Schauen wir uns nochmal im Detail an, um einfach zu verstehen, was hat es gerade aktuell mit dem Graph auf sich und hier vielleicht schon mal vorne weg, wenn wir uns nochmal zurückhüpfen. Hier gibt es einfach nochmal ein Zeichen, ihr könnt euch eines merken, Rot steht für ganz, ganz große Technologiewerte, große Large Caps, also sowas wie eine Microsoft, eine Amazon und so weiter in die Richtung. Blau und Grün sind tendenziell eher kleine Aktien und mittlere Aktien gemeint. Und auf die kommen wir jetzt als erstes mal zu sprechen, beziehungsweise auf eine Aktie davon, nämlich auf SoFi. SoFi ist bei mir weiterhin die zweitgrößte Position in meinem Depot und wenn man sich das Ganze anschaut, dann hatte SoFi eigentlich vor einigen Tagen ein großes Event, nämlich den Super Bowl in den USA. Das Super Bowl hat ja direkt im SoFi-Stadium stattgefunden. Und das SoFi-Stadium ist gesponsert von SoFi. Man hat aber von SoFi-Seiten so ein bisschen auf teure Marketing-Ausgaben verzichtet und hat während dem Super Bowl keine eigene Werbung geschaltet. Stattdessen hat man eine größere Marketing-Kampagne im Bereich von Social Media, allen voran TikTok gestartet. Trotz dieses Großereignisses, was sich eigentlich positiv auf die Mitgliedergewinnung bei SoFi auswürgen sollte, hat sich der Aktienkurs in den letzten Tagen kaum bewegt. Das heißt, dieses Ereignis ist relativ weit an SoFi vorbeigegangen, zumindest am Aktienchart. Wir sehen aber, dass wir demnächst in den kommenden Wochen, nämlich am 1. März, ein zusätzliches größeres Event haben in dieser Form, nämlich die Earnings. Das heißt, der Quartalsbericht steht bei SoFi an und wir werden hier wieder Zahlen bekommen, unter anderem auch auf das Mitgliederwachstum. Das Mitgliederwachstum an sich sollte meiner Ansicht nach weiterhin relativ stark sein, weil sich eben SoFi sehr stark in Richtung Social Media mit Ziel Millennials aus dem Fenster gelehnt hat, in dem sie nur natürlich auch sehr starke Marketing-Maßnahmen durchgeführt hat. Das heißt, ich würde auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Earnings schauen würde, bei SoFi aktuell vor allem auf das Memberwachstum achten und weniger so ein bisschen auf die Earnings oder den Umsatz. Das muss natürlich langfristig kommen, aber aktuell lebt die SoFi-Story im Endeffekt davon, dass man sehr schnell, sehr stark einfach wachsen kann und auch somit entsprechend großes Memberwachstum zu verzeichnen hat. Wenn man sich jetzt trotzdem dieses Chartbild von SoFi anschaut, dann sieht man, dass hier SoFi wirklich an einem relativ tiefen Punkt insgesamt im Aktienchart steht. Das wirkt sich auch auf die Bewertung aus. Sofern das jetzt ein Mid-Cap-Unternehmen ist und hier in die blaue Kategorie rein zählt, befindet sich also tendenziell eher in einer schwachen Marktbewertung. Das heißt, das Unternehmen ist eher tendenziell ein bisschen weniger stark bewertet, wobei es sich bei SoFi um ein Fintech-Unternehmen handelt und hier grundsätzlich schon mal größere Bewertungen drin waren. Und wenn wir jetzt von dieser blauen und grünen Linie wegkommen, das heißt von den kleinen und mittleren Unternehmen zu den Großunternehmen, dann nehme ich hier einfach mal als Nvidia, als einfach als gutes Beispiel. Nvidia startet heute mit 7,8 Prozent in den Tag. Schaut man sich den Aktienchart von Nvidia an, dann sehen wir natürlich auch, dass Nvidia vom Hoch bis ins aktuelle Level etwa 24 Prozent verloren hat. Wir sehen aber allgemein, dass diese großen Unternehmen und hier ist Nvidia einfach ein gutes Beispiel, diese Large-Cap-Unternehmen gar nicht so tief gefallen sind und die Bewertungen tendenziell immer noch vergleichsweise hoch sind. Das heißt, sowohl Nvidia als auch zum Beispiel Apple, Microsoft und andere Tech-Unternehmen, diese Large-Cap, also großen Tech-Unternehmen, haben tendenziell weiterhin gesehen relativ hohe Bewertungen. Schaut man sich das Ganze jetzt an, dann sieht man auch, okay, tendenziell scheinen diese großen Large-Caps jetzt auch historisch betrachtet relativ hoch bewertet zu sein. Was ihr hier im Übrigen seht in diesem Chart sind nämlich die Forward-PE-Ratios. Was bedeutet das? Die PE-Ratios sind die KGVs, also was bei euch unter Kurs-Gewinn-Verhältnis gemeint ist. Das heißt, es bewertet aktuell einfach, wie viel Geld muss ich heute ausgeben, um für den Gewinn von dem Unternehmen zu zahlen. Hier sieht es nämlich danach aus, dass wir aktuell für die großen Large-Cap-Unternehmen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um den gleichen Dollar-Wert oder Euro-Wert praktisch als Gewinn zu bekommen. Das heißt, schauen wir uns das Ganze mal hier an, jetzt wirklich auf die Summe betrachtet, könnt ihr euch das Ganze ungefähr so vorstellen. Wenn jetzt eine Microsoft 1 Euro verdienen würde, zahlt ihr aktuell das 19,4 Wache für den 1 Euro Ertrag. Genau dieser 1 Euro Ertrag, also es ist beides mal 1 Euro Gewinn, zahlt ihr jetzt aber bei den Mid- und Small-Caps nur einen Bruchteil davon, nämlich 14,6 bzw. das 13,7-fache. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, irgendwie ist Microsoft und Apple, ja, das zahlt man immer schon so, das wird immer schon höher bewertet. Vor allem mit der Hinsicht, hier sind die Forward-Ratios, das heißt der zukünftige Gewinn praktisch einkalkuliert. Und wenn man sich hier anschaut, dann könnte man sagen, ja, für Microsoft und Apple zahlen wir grundsätzlich immer mehr, das sind ja große Riesen und die sind ja immer schon irgendwie höher bewertet. Aber wenn man sich das ganze Verhältnis hier anschaut, dann war das jahrelang gar nicht wirklich der Fall. Das heißt, diese großen Large-Cap-Unternehmen, wenn man sich diese rote Linie anschaut, waren immer ein bisschen weniger bewertet als die kleineren und mittleren Unternehmen. Und das macht auch eigentlich Sinn, denn desto größer die Unternehmen sind, desto schwieriger haben sie es tendenziell weiter zu wachsen. Und tendenziell haben es eher auf der anderen Seite kleine und mittlere Unternehmen einfacher in hohen zweistelligen Beträgen einfach weiter zu wachsen, wo es für die Large-Cap-Unternehmen zunehmend schwieriger wird, wie wir es vor kurzem zum Beispiel auch bei Meta gesehen haben, wobei Meta jetzt ein eigenes Beispiel für sich ist. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, könnte man feststellen, okay, bildet sich jetzt hier eine komplette Trendwende ab oder was passiert, wenn das Ganze zusammenläuft und in welcher Situation kann das Ganze überhaupt zusammenlaufen? Schaut man sich hier nochmal wirklich diese rote Bewertung an und die grüne und blaue, dann erkennen wir auch vor allem, dass die Small- und Mid-Camps, das heißt die kleinen und mittleren Unternehmen, heute bereits so attraktiv bewertet sind, wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Tatsächlich haben wir so ein ähnliches Bild auch im Jahr 2018 gesehen gehabt, als diese Linien hier deutlich gefallen sind. Was war im Jahr 2018? Da gab es diese Zinssorgen, als die FED auch damals angefangen hat, die Zinsen anzuheben. Und wir sehen auch hier, die Aktien sind praktisch von der Bewertung weitergefallen, die PE-Ratios sind gefallen. Und heute sagen ja viele, okay, wir haben noch einen ganz, ganz weiten Weg, wenn man uns die Charts anschaut, wenn man sich zum Beispiel jetzt irgendwie den S&P 500 anschaut, den können wir nochmal kurz öffnen, dann sagen ja viele Leute, okay, schaut euch mal den Chart an, wir stehen ja immer noch so weit oben. Ich mach mal kurz den Monatschart auf, dann sieht man das soweit besser. Wir stehen ja so weit oben vom Chart und das ist gerade mal eine kleine Delle, es muss noch viel, viel tiefer gehen. Der Blick auf den Chart verfälscht aber immer ungemein. Man kann natürlich jetzt irgendwelche riesigen Charts aufmachen, die irgendwie 100 Jahre zurückgehen und dann muss man sagen, okay, wir sind hier in der Spitze massiv überbewertet. Aber was die Charts einem nicht zeigen, sind einfach diese Gewinnwachstum. Was die Charts einem nicht zeigen, ist auch die Inflation. Wenn die Gewinne steigen, dann wirkt sich das ja wirklich konkret auf die Unternehmen aus. Und das ist nicht so, nur weil jetzt der Chart, ja, der Chartbogen hier, die Kerze so weit oben ist, dass es irgendwie jetzt negativ wird. Tendenziell sollte es immer weiter so gehen. Das heißt, auch in den kommenden Jahrzehnten sollte dieser Aktienchart immer weiter in die Lüfte steigen. Und das wäre auch wirklich nicht dramatisch, das wäre nur logisch. Wenn man tatsächlich eher schauen möchte, okay, sind die Aktienmärkte überbewertet, ja, dann lohnt sich immer wirklich der tatsächliche Blick auf die KGVs, auf die aktuellen Gewinne. Und hier scheint es zumindest für die Small- und Mid-Cap-Unternehmen gar nicht mehr so weit hergeholt, dass man hier jetzt irgendwie eine massive Überbewertung auch in den USA sieht. Das heißt, selbst in den USA gibt es aktuell im Bereich der Small- und Mid-Cap-Unternehmen sehr attraktive Einstiegszeitpunkte. Das ist jetzt natürlich hier alles komplett über Bord für alle Aktien aus diesem Bereich. Dennoch kann man hier auf jeden Fall feststellen, dass wir hier historisch betrachtet auf einem sehr, sehr attraktiven Level sind. Und jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn diese Kurven zusammenlaufen und wie könnten sie überhaupt zusammenlaufen? Nun, zum einen kann es natürlich sein, dass alle drei Kurven weiter fallen, so wie es wir hier gesehen haben. Oder vielleicht auch im Crash im Jahr 2008, als wirklich alle Kurven mit einem Mal runtergekracht sind. Die Small- und Mid-Cap-Unternehmen befinden sich bezogen auf das Gewinnwachstum für die nächsten 12, 24 Monate, befinden die sich aber schon auf einem relativ niedrigen Level. Tendenziell würde man jetzt hingehen und sagen, okay, dann müssten ja die großen Unternehmen stärker zurückkommen. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt ausgemacht. Denn was sich natürlich jetzt von heute zu damals geändert hat, ist, dass im S&P 500 bei den Large Caps vor allem Tech-Unternehmen drin sind, die aufgrund ihres Plattform-Modells tendenziell weiterhin ein sehr starkes Wachstumspotenzial zeigen. Hier haben wir ja erst vor kurzem gesehen gehabt, dass Alphabet, dieser Gigant, einfach sehr, sehr schnell weiter wachsen kann. Und das vielleicht auch noch für die kommenden Jahre. Das heißt, obwohl diese Unternehmen sehr groß sind, erzeugt dieses Plattform-Modell, was diese großen Tech-Unternehmen einfach aufgebaut haben, einen so großen Vorteil, dass praktisch auch das Wachstum für Jahre weitergegeben ist. Tatsächlich kann es also sein, dass wir hier heute praktisch einen Kursbruch erleben, nämlich in diesem Kursverlauf, wo wir praktisch wirklich jahrzehntelang gesehen haben, dass Small- und Mid-Cap-Unternehmen immer ein bisschen höher bewertet waren auf das KGV, kann es sein, dass sich heute das Ganze ein bisschen dreht und man zumindest langfristig eher eine gleichbleibende, gleichlaufende Bewertung sehen sollte. Dennoch gehe ich davon aus, dass diese Kurven wieder zusammenlaufen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir ein großes Downside erleben werden bei diesen großen Tech-Unternehmen. Tendenziell würde ich sagen, dass wenn man sich heute platzieren möchte, vor allem im Moment wirklich Small- und Mid-Cap-Unternehmen interessant sind für einen Einstieg. Und hier beispielsweise wirklich, wie wir es gerade gesehen haben, eine SoFi. Aber nicht nur SoFi bietet sich hier praktisch an von den Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Es gibt auch andere Unternehmen, wie beispielsweise eine SolarEdge, die durchaus interessant sein kann. Einen wichtigen Punkt habe ich jetzt aber nochmal zusätzlich für dich, nämlich dein Potenzial, wie du jetzt vielleicht auch bei der Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft noch profitieren kannst. Ich habe das Ganze mit euch schon mal in einem anderen Video behandelt, aber die Datei, die du jetzt siehst, habe ich euch versprochen gehabt, dass ihr euch die wirklich auch selber runterladen könnt. Und für euch auch durchrechnen könnt, wie wahrscheinlich es ihr haltet, dass zum Beispiel ein Merger stattfindet. Und was für ein Fair Value es dann für euch bedeuten würde und ab welchem Kurs ihr dann immer noch zuschlagen könntet, um dann vielleicht eine Rendite von 12, 13, 14, 15% zu erreichen. Und wie ihr genau in diese Datei kommt, zeige ich euch jetzt, denn ich habe sie für euch kostenlos hochgeladen. Dazu folgt ihr einfach einmal dem Link, das ihr unter diesem Video findet. Registriert euch einfach ganz normal mit einer E-Mail-Adresse, einem Namen, einem Benutzernamen und dann landet ihr schon hier. Wie gesagt, das Ganze ist komplett kostenlos für euch. Und dann landet ihr hier auf dieser Plattform und hier seht ihr schon, ihr könnt euch einmal durchklicken, ein bisschen, was ich hier ein bisschen gepostet habe. Oder ihr geht dann direkt hier oben auf Start, das hier ist im Übrigen die Handyansicht, geht dann unten auf alle Themen und dann kommt ihr hier in diese schöne Übersicht, wo ihr dann einfach ein bisschen runterscrollt. Und dann findet ihr hier unten Tools und Dateien von JD. Und hier habe ich einen eigenen Beitrag für euch, wenn ihr draufklickt, dann seht ihr hier nochmal das Tool, könnt euch das Video nochmal anschauen an der relevanten Stelle, wie man das ganze Tool benutzt. Und wie ihr euch das Ganze für euch nochmal durchrechnen wollt. Wie gesagt, einfach nochmal kurz den Link unter den Videofolgen anmelden und dann findet ihr euch hier ganz normal zurecht. Vielleicht nochmal wichtig hier, hier gibt es nicht nur das Tool, sondern von mir auch völlig kostenfrei für euch unheimlich viele Beiträge, was ich auch in Zukunft immer wieder euch präsentieren werde, auch vorab. Das heißt, wenn ihr nicht mehr auf meine Videos unbedingt warten wollt, sondern vielleicht schon mal ad hoc vorher immer irgendwelche Informationen haben wollt und im Endeffekt ein bisschen in mein Gehirn reinschauen wollt, meine Denkprozesse begleiten wollt, dann klickt auf jeden Fall hier ein bisschen rein und schaut euch hier auch unbedingt die anderen Beiträge an. Ich versuche hier jedes Mal täglich einfach einen kleinen Beitrag zu posten, um euch einfach meine Gedankenprozesse näher zu bringen. Hier habe ich zum Beispiel eine Intel-Kurzanalyse einfach gemacht gehabt, die aktuelle Situation, was Intel hier einfach vorhat. Und wie Intel zum Beispiel hier charttechnisch oder auch bewertungstechnisch aufgestellt sind. Wichtig für alle, die sich hier registriert haben und auch teilnehmen, ihr solltet auf jeden Fall den Beiträgen folgen, wo ihr auch entsprechend eine Meldung haben wollt, wenn ich da einen neuen Beitrag poste. Grundsätzlich ist es so, dass vor allem von mir natürlich Beiträge kommen, aber wenn ihr natürlich eurerseits unheimlich interessante Analysen oder Beiträge habt, dann könnt ihr die auch gerne posten. Ich versuche dann auch wirklich wertvolle Beiträge immer zu antworten. Aber wichtig, hier unbedingt auf Folgen drückt. Und was es auch für euch nochmal wirklich sehr parat nochmal gibt, ist die Möglichkeit, dass ihr hier, wenn ihr diesem Reiter hier diesem Thema folgt, dann bekommt ihr von mir auch immer direkt eine E-Mail in dem Moment, wenn ich in meinem Community-Depot neue Aktien kaufe. Auf jeden Fall einfach unten im Link folgen, komplett kostenlos für euch einfach registrieren und hier einfach noch mehr Content von mir bekommen und idealerweise einfach täglich mit reinschauen. Ihr bekommt dann wirklich meinen Denkprozess mit und bekommt dann auch in Zukunft mehr Tools. So, blicken wir aber nochmal kurz ins Tool zurück, wenn ihr euch das Tool entsprechend runtergeladen habt. Was könnt ihr hier machen? Hier gibt es nämlich ein paar sehr interessante Punkte. Ihr habt schon gesehen gehabt, diese Merger-Wahrscheinlichkeit habe ich damals mit knapp 70% angegeben gehabt. Ich habe sie jetzt aber mittlerweile erhöht auf 75%. Der Grund hierfür ist, dass Microsoft die Aussage getroffen hat, dass die Activision Blizzard Titel weiterhin nicht komplett exklusiv für die Microsoft Plattform, also im Endeffekt für den Xbox Game Pass praktisch weggeparkt werden, sondern dass sie auch langfristig zum Beispiel auf der Playstation oder vielleicht auch in der Zukunft Call of Duty immer noch auf der Nintendo wird erwärmen können. Das hat natürlich einen positiven Effekt, denn die Kartellbehörden, die wollen natürlich das Ganze verhindern, dass hier irgendwelche Exklusivtitel dann irgendwie eingerichtet werden von Microsoft und man das Ganze irgendwie wegsperrt. Das heißt, es ist hier auf jeden Fall schon ein sehr positives Signal, wenn Microsoft vorab schon so positiv rauskommt und sagt, hey, dieses Activision Portfolio wird auch weiterhin nicht exklusiv sein, sondern wird man auch weiterhin auf der Playstation finden, auf der Xbox, zukünftig auch noch auf der Nintendo und auf dem PC sowieso. Deswegen erhöhe ich insgesamt meine Wahrscheinlichkeit jetzt, die ich annehme, dass dieser Merger stattfindet auf 75% und was passiert dann? Der Fair Value von der Activision Blizzard Aktie steigt aktuell auf etwa 82,18 US-Dollar und man hätte so, wenn der Merger dann wirklich stattfindet, immer noch 15,6% Rendite-Potenzial. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn der Merger nicht durchgeht, haben wir für das Jahr 2023 etwa eine Bewertung von einem KGV auf dem Niveau von 22,11. Da muss man sich jetzt natürlich selber entscheiden, will man eine Activision Blizzard Aktie sich ins Depot legen mit einem KGV von 22,11 bei einem Gewinnwachstum von 17%. Ich halte das für attraktiv. Das ist auch ein Pack Ratio, was für mich auf jeden Fall attraktiv wäre, aber das müsste ja jeder für sich selber entscheiden. Und da habt ihr jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier das Ganze euch mit dem Tool durchzurechnen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf dich auf meiner Analyse- und Research-Plattform und sage dir auf jeden Fall bis gleich, dein JD. Ciao.